Die CJS wird zur Schneehäulung auf Start- und Landebahnen, Rollwegen sowie Vorfeldern eingesetzt. Sie ist durch ihre kompakte Bauweise besonders wendig und räumt den Schnee zuverlässig über Schneepflug, Kehrwalze und Hochleistungsgebläse mit einer Räumbreite des Besens von bis zu 3560 mm. Ein Wendekreis von ca. 15 Metern spricht für sich. Für die CJS kommen handelsübliche Trägerfahrzeuge mit Allradantrieb zum Einsatz. Die Fahrgestelle werden für den Aufbau der Kehrblasmaschine entsprechend umgebaut. Als Aufbaumotor für den Antrieb der Hydraulikpumpen zum Betrieb und zur Steuerung von Kehraggregat und Hochleistungsgebläse dient ein Mercedes-Motor mit einer Antriebsleistung von 260 kW bei 1800 Umdrehungen pro Minute. Für den Betrieb des Schneepfluges wird eine vom Fahrzeugmotor angetriebene Hydraulikanlage verwendet. Das Kehraggregat weist durch zwillingsbereifte Nachlaufräder ein sehr ruhiges, schwingungsfreies und gleichmäßiges Kehrverhalten auf. Die Kehrwalze wird über ein Linearsystem geführt und hydraulisch angehoben und abgesenkt. Die stufenlose Kehrspiegeleinstellung ermöglicht eine geringe und gleichmäßige Abnutzung des Besenprofils. In der Besenkehrwalze werden 16-, 18- oder 21-teilige Kassettensysteme mit Aluminiumkernrohr verwendet. Die Kehrwalze mit einem Durchmesser von 914 mm ist in drei Besatzmaterialien erhältlich. Polypropylen, Stahl- oder Mischbesatz. Eine kompakte Gebläseeinheit am Fahrzeugheck mit aerodynamischer Luftführung und höchster Blasleistung sorgt für eine optimale Trocknung des Räumbereiches, um beste Friktionswerte zu erreichen. Mit konstanter Luftgeschwindigkeit über die gesamte Arbeitsbreite ist eine gleichmäßige Reinigung des Räumbereiches realisierbar. Die Blaseinrichtung ist optimal für das Ausbringen einer großen Luftleistung konzipiert. Absolute Zuverlässigkeit der Hardware als auch der Software ist bei der CJS selbstverständlich. Durch die geschickte Verteilung der elektronischen Komponenten im geschützten Innenraum ist das System sicher und stabil. Im Außenbereich befinden sich verschleißarme mechanische Komponenten, die sehr zuverlässig sind. Das grafische Farbdisplay sowie die Synchronsteuerung von Flug, Besen und Gebläse ermöglichen eine schnelle und präzise Bedienung der Arbeitsfunktionen. Die vorgewählten Komponenten lassen sich zeitgleich schwenken bzw. heben und senken. Die Bedienung ist durch ein kundenspezifisch angepasstes Fahrermenü äußerst intuitiv. Der Fahrer kann sich mit erhöhter Konzentration dem Räumeinsatz widmen. Die CJS bietet an allen wichtigen Aggregaten eine gute Zugänglichkeit. Durch die optimierte Anordnung der wartungsrelevanten Komponenten werden Servicezeiten minimiert. Am Schaltschrank befindet sich eine praktische Halterung für das Bedienpult, für Service- und Werkstatteinsätze. Die CJS wird bei der Verkehrsflächenräumung auf Flughäfen in der Regel mit einem Schneepflug am Trägerfahrzeug ausgerüstet. Für diesen Verwendungszweck ist zum Beispiel der Flughafenschneepflug MS 56.1 bestens geeignet. Die CJS ist die KIA Blasmaschine für jede Fläche Ihres Flughafens.